hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben silvester 2022 sprich 31 dezember ich zeige euch jetzt mal das jugendfeuerwerk was ich so im vorfeld bestellt habe und da wird euch auch gleich auffallen die fireball zum beispiel die hatte ich ja schon mal so im video die stoveflash die gab es und bengalfeuer gab es so vor ort interessant wird dürfte dann sein wie die bonsai mini von tenis sein wird der rest zeige ich euch dann noch jetzt was ich habe weil das ist dann nicht mehr jugendfrei so ich stelle euch jetzt hier mein feuerwerk vor was ich so geholt habe die rakete wunschrakete musste ich holen weil weil ich das sonst irgendwo gefunden haben die gut wie wir uns heißt komet night stars ist aus dem jawohl dann haben wir hier komet die stern schnuppe die war aus in thomas film stars die konfetti kanone hier butterfly magic show neus mega da konfetti kanone ist aus dem kaufland und jetzt hier in diesem jahr gibt es neue in 2002 fand ich zum abschluss habe ich im aldi geholt attila und starfly sind aus und wenn ich sage jetzt mal bitte gleich das video lassen wir sehen uns später beim folgen